DC Comics from DC Entertainment! Warner Brothers Games? Warner Brothers Games Montreal? Splash Damage! Batman! Nvidia! Und Nvidia! Und damit herzlich willkommen zu Batman Arkham Origins! Wie versprochen! Über einen Stream habe ich gespielt, allerdings hat mir der Anfang wirklich gut gefallen. Ich bin ganz ehrlich, es hieß 6%. Das ist das Streamspiel, aber das Streamspiel oder das Streamspiel kann man jetzt weiter sehen. Ja, der Anfang lief mehr schleppend und das ist ganz einfach das erste Batman, das ich gespielt habe. Und deswegen werden wir jetzt zusammen den Anfang nochmal, ne, lock-up-lockig durchstarten. Im Story-Modus natürlich. Neues Spiel, Schwierigkeitsgrad wählen war normal. Ich habe jetzt ein bisschen mehr im Plan davon und in diesem Sinne wünsche ich dir und mir jetzt viel Spaß bei Batman Arkham Origins! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Polizei und Notfallkräfte bissen die Bewohner von Gotham aufgrund der bedrohlichen Wintersturmwarnung Eindringlich darum heute Nacht in ihren Häusern zu bleiben? Sie sind schon seit fast zwei Jahren zurück. Erwarten Sie, dass ich glaube, dass Gothams begehrtest der Junggeselle Weihnachten erneut allein verbringt? Ihre Zeit ist abgelaufen. In dem Wissen, dass wir heute das Leben eines der abscheulichsten und erwarmungslosesten Mörders beenden. Julian Gregory Day! Kommission erlaubt! Was sagen Sie zu dem Gerücht, dass es gar nicht die Polizei war, die Mr. Day geschnappt hat? Nein! Es geht keinen Batman! Kettengut! Kettengut! Keine weiteren Fragen! Keine weiteren Fragen! Alle Einheiten! Alle Einheiten! Code 10 im Blackgate-Gefängnis! Kommunikation abgebrochen! Möglicher 2-11! Delta 6-4 auf dem Weg! Kontrale 5-9! Code 10 bestätigt! Ist das ein Ausbruch? Verdächtiger identifiziert als Black Mask! Wiederhole! Code 10! Verdächtiger ist Black Mask! Alle Einheiten im Blackgate! Code 10! Code 10! Code 10! Kommission erlaubt wird selbst gehalten! Sie wissen schon, dass Heiligabend ist, Sir! Die Sieht aus, als hätte Black Mask hier das Gefängnis betreten. Ich muss Commissioner Loeb finden, bevor es zu spät ist. Okay, und den finden wir auch. Finde Black Mask, unser erster Auftrag. Und es ist jetzt natürlich cool, dass ich schon so ein bisschen weiß, was zu tun ist. Tut mir leid, Black Mask ist Sachen nicht gerne unerledigt. Worauf wartest du? Wenn du es tun willst, dann tu es! Nein, bitte! Nicht doch! Oh, ich werde dich noch töten. Aber bis dahin wirst du noch mehr Körperteile lassen müssen, als nur dein Auge. Was ist das? Hinter dir! Och, komm schon. Darauf soll ich reinfallen? Probier doch mal was Originelles, du... Was glaubst du, wer du bist? Ein Konter! Boah! Da, das war's mit dir. Nein, bleib weg! Zu wenig! Oh, und auch Lincoln. Yeah! Tu mir nicht weh! Ich hab die Gerüchte gehört, aber... Du... Dich soll es doch gar nicht geben. Wer hat hier gewütet? Ich weiß nicht, was es ist. Es ist riesig! Wo ist Black Mask? Ich... Ich weiß es nicht. Er will Commissioner Loeb. Vielleicht weiß einer seiner Leute, wo er hin ist. Okay. Man hätte meinen können, das wäre schon der Black Mask, ne? James Gordon vom GCPT. Dies ist ein Notfall. Und ich übernehme das Kommando. Fachpersonal und Polizeibeamte. Stellen Sie Ihre Funkgeräte auf Kanal 13 für weitere Informationen. Ich werde sie dazu bringen, mir zu sagen, wo ich Black Mask finde. Auf jeden Fall. Bam! Oh, das wird's mitgefangen. Und das Kampfsystem ist eigentlich relativ simpel. Und trotzdem genial. Zumindest, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Ich hab, wie gesagt, auf dem Stream das erste Mal gespielt gehabt. Und es war wirklich, eigentlich mehr grauenhaft. Die, die mit dabei waren, die wissen's wahrscheinlich. Ja komm. Jetzt hol ich nicht. Wo ist Black Mask? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde dich zum Reden bringen. Wie sehr du vorher leidest, entscheidest allein du. Leck mich! Für sowas habe ich keine Zeit. Okay, okay. Er ist unterwegs zur Hinrichtungskammer. Mit Lob. Klug von mir. Jetzt darfst du dich ausruhen. Gelang in die Hinrichtungskammer. Neues Missionsziel. Ab geht die Post. Uh! Ah, da oben ist sie hin. Da oben ist sie raus. Wow! Scheiße! Oh nein! Ich den kämpfe ich nicht! Buh! Ich hab wahrscheinlich die meisten von euch da reingebracht. Boah! Ich hab noch nichts, ja? Retro Spalter. Das Tor blockiert meinen Weg. Ich muss mit dem Greifhaken drüber kommen. Schnell! Okay. Die Batman-Stimme fehlt mir ein bisschen die Tiefe. in dem Spiel. Schnell, schnell. Wo? Sprüche wie der sind der Grund, warum du in der Scheiße steckst. Bam! Das ist ein schwerer Gegner. Der muss mal hier mit dem Umhang, ne? Bam! Alles okay. Bro. Und er seine Untergebenen gesehen hat, benachrichtigt bitte den nächstmöglichen Sicherheitswaden. Black Mask ist das jetzt wichtigste Einsatz. Batarang auswählen. Machen wir doch. Mit Batarang-Ziel. Ah, da oben ist schon ein Schalter. Oh, der könnte ich mich erinnern. So, aber jetzt rutschen während des Laufens. Oh, bam! Wow! Ich bin's wirklich, auf jeden Fall. Bam! Das ist ziemlich effektiv, wenn man gegen alles so eigentlich gleichzeitig kämpft. Bam! Weil dann keiner wirklich zum Zug kommt. Du bist auch in Sicherheit. Vicky Vail, freigeschalten. Hier kann ich mein Explosiv-Gel einsetzen, um durch den Boden zu brechen. Hier ein bisschen hin. Ah, stopp! Hier zünden wir es. Man sagt ja verbrechenlos, ich nicht. Aber du sollst mir nur einer die Taschen von unserem lieben Commissioner angucken. Die sind nämlich voll mit meinem Geld. Und was hab ich vorzuweisen? Mit meinen eigenen Männern im Knast? Nein, nicht mehr. Nein, heute Nacht. Dann werden andere Seiten aufgezogen. Deine Tage sind gezählt, lauf! Du hast den Mann gehört. Uuuh! Komm! Den kriegen wir in Black Mask. Verfolge Black Mask! Lange in die Hinrichtungskammer. Wuh! Rein da! schulden wir jedenfalls. Wir sollten jede einzelne Wache loswerden, damit er es leichter hat. Das könnt ihr ja machen. Aber ich verzieh mich. Und nach Verliessen springt. Bam! Für ständige Prügel habe ich mich aber nicht gemeldet. Hey! Lass uns lieber zurück in die Zirke! Bam! Bah, genauso! Du brauchst aber einen guten Überblick, ne? Dass wirklich alles pariert ist, dass du so eine ewige, geniale Kombo zusammenfrihst. BAM! An mir kommst du nicht vorbei. Ja, willst du mich verarschen? An dir komm ich nicht vorbei. Tür verschlossen. Wo ging es denn hier rum? Hier rum ging es rum. Oh, raus mit hier! Uuuh! Gut! Sieht aus, als hätte ich ihn verscheucht. Haha, klaro! Da mal ein bisschen hin von dem Gehl. Da mal ein bisschen hin. Gegner ein! Uuuh! Bam! Karaka-Trophäen freigeschaltet. Mafiosi! Mafioso! Anstandsreiter Joseph versichert, dass jeder der Informationen liefert, die zu ihrer Ergreifung führen, belohnt werden. Ah! Die Schalter muss man eben beide gleichzeitig antippen. Ich halte manchmal wie manchmal die Klappe, wenn irgendwelche Dialoge oder Monologe laufen. Das wirst du noch merken. Und er ist der Kalender, ma'am. Okay. Und das kann man einfach nicht. Lass uns weitergehen. Was soll das alles, Sionis? Habe ich dich nicht immer unterstützt? Mag sein, Gillian, aber Dinge ändern sich. Wir fangen von vorne an. Und du bist nicht dabei. Wovon redest du da? Ich bin nicht dabei, nach allem, was ich für dich getan habe. Wovon redest du da? Ich bin nicht dabei, nach allem, was ich für dich getan habe. Die Show ist vorbei, Jungs. Boah! Das ist ein Tier, im wahrsten Sinne des Wortes.